So, wir befinden uns hier im Steubruch von Jungnau und mein Kollege Oliver, der wird jetzt hier seinen besten Golfschlag abliefern, den er jemals vorführt hat. Seid gespannt. Der war gut. Und hier die Nummer 2. Nummer 443. Jetzt aber! Ja, das ist er! Das war auch nicht! Ah, der war genial! Da sind 500 Meter Schätzungsweise. Gut, also wenn ich noch ein bisschen weiter. Ich glaube auch. Okay, soll ich mal, oder? Ja, ist gut. Okay, kriegst du eine Hoppe jetzt hier dran. Oh, normal dürfen wir keine Namen nennen, wenn der jetzt Internet, David. Weißt du? Scheissegal. Also, Versuch Nummer 1. Ja! Ja, mach doch bitte, oder? Ein Matsding! Ein Matsding! 1600 Meter Schätzungsweise. Echt brutal. Hier unten sieht man der Bodensee. Fest! Hahaha! Hahaha! Hahaha!